Ist der Rausschmiss von Falko Götz sicher mehr als nur das Produkt von sechs Niederlagen in dieser Saison. Jan Neumann kennt die Hintergründe. Falko Götz, der Name, das Gesicht des Erfolges, der Garant für die Rückkehr Holsteins in glanzvolle Zeiten, so der Plan. Doch plötzlich ist alles vorbei. Ein Ende überraschend dramatisch und dramatisch überraschend. Am Samstag verliert Kiel in Dresden mit 0 zu 3 nach desolater Vorstellung. Am Dienstag folgt die Videoanalyse. Götz soll die Mannschaft beschimpfen und bepöbeln, wie es heißt. Und das zum wiederholten Male. Am selben Abend trifft sich das Team ohne Trainer. Alles kommt auf den Tisch, auch dass Götz den Profi Marco Stier geschlagen haben soll nach einem Spiel. Mit 24 zu 1 Stimmen an diesem Dienstag beschließt die Mannschaft die Revolte, informiert den Vorstand über Götz' Verhalten. Am Mittwoch Alarm an der Förde. Die Führung, unter anderem Großsponsor Lütje und Präsident Reime, von dem Zerwürfnis völlig überrascht. Sie führen Einzel- und Gruppengespräche. Das Vormittagstraining fällt aus. Am Nachmittag übernimmt Götz wieder die Übungseinheit. Eine scheinbar normale, harmonische Fußballwelt an der Ostsee. Fragen unerwünscht. Zu welchem Thema? Zu Spekulationen, das geht. Ach, über Spekulationen brauchen wir uns nicht. Gar nicht. Es gibt überhaupt gar keinen Anlass. Mehr Fehleinschätzung geht nicht. Am Abend die Entscheidung, Götz wird sofort beurlaubt. Allen Beteiligten wird verboten, über die Hintergründe zu sprechen. Schon am Donnerstag übernimmt Thorsten Fröhling die Mannschaft. Gestern dann die fristlose Entlassung von Falco Götz. Ein unrühmlicher Abgang an der Kieler Förde. Und über diesen Abgang und vor allen Dingen, was vor diesem Abgang passiert ist, wird gleich noch zu reden sein. Hier im Sportclub aktuell. Hat Falco Götz tatsächlich einen Spieler geschlagen? Ja oder nein? Von dieser Frage hängt auch die sportliche Zukunft von Holstein Kiel ab. Beschäftigen wir uns aber erstmal mit...